Autogrammstunde hier in Reutlingen beim Mediamarkt. Ross Anthony war heute zu Gast. Hallo und herzlich willkommen in meiner Heimat. Hi mein Lieber, habe ich mich sehr gefreut. Warst du zum ersten Mal jetzt hier in der Region? Also, ich habe in Stuttgart schon gewohnt, über eineinhalb Jahre. Es ist auch nicht so weit von hier entfernt. Und daher war ich schon, glaube ich, sogar mit Giovanni hier, von Broses. Wir waren auch hier unterwegs in Reutlingen. Richtig, der wohnt ja auch in Hechingen. Das ist ja alles eine Ecke. Hechingen habe ich auch gewohnt. Okay, sehr schön. Also ist dir die Gegend hier doch bekannt. Du bist ja heute unterwegs, wegen einem ganz besonderen Grund. Und seit zwei, drei Tagen gibt es dein brandneues Album Schlagerlüge nicht. Und passend dazu auch einen tollen Anzug an mit Herzchen. Also das habe ich eigentlich angehabt wegen dem Frauentag. Und dann habe ich gedacht, ich fand das so schön, dass ich das nochmal anziehen müsste. Toll, toll. Oder wegen Reutlingen. I like Reutlingen, kann man auch sagen. Genau, I like Reutlingen. Ja, zwievielte Schlageralbum in der Form ist es denn jetzt? Das ist das fünfte Album schon. Fünfte Schlageralbum. Hätte ich nicht gedacht, dass es so weit kommen würde. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass die Fans immer noch nach so vielen Jahren, es ist mein achte Jahr, dass ich Schlager schon mache, dass die immer noch hinter mir stehen und so viel tolles Feedback geben. Und das Album ist halt ein Dankeschön an die Fans dieses Mal. Die konnten die Hälfte der Songs sozusagen aussuchen oder abstimmen, welche Songs sie haben wollten. Und die anderen Hälfte sind schon von meinem verstorbenen Vater. Er hat so ein Notizbuch gehabt und er hat die ganzen Schlagelieder drauf getan, was ihm sehr gefallen hat. Wir haben das nach seinem Tod gefunden, ich und meine Mama. Und sie hat gesagt, komm, es wäre wirklich toll, wenn wir das machen könnten. Und so kam dann auch die Liebe zum Schlager, oder? Wie ist das entstanden? Und weil Braus ist, wenn man dich ja von daher noch kennt, war ja eine ganz andere Musikform. Eigentlich, die Liebe zum Schlager kam nicht nur durch meinen Papa, weil er hat solche Musik von Roger Whittaker oder Cliff Richard so gemocht damals. Es kam auch tatsächlich, als ich Musicals in Deutschland gemacht habe, wir hatten immer die Möglichkeit, mit solchen tollen Künstlern wie Jürgen Drews, Antoni aus Tirol, Roberto Blanco, Uli Jürgens, auf verschiedene Festivals aufzutreten. Und dann habe ich gesehen, erst mal oder gehört, wie toll die Musik war und dann gesehen, wie das Publikum abgegangen sind. Und das war genau die richtige Musik für mich. Und dann natürlich habe ich gedacht, okay, ich muss Geduld haben und warten, bis hoffentlich irgendwann eine Plattenfirma an meine Tür klopft. Und es war wirklich so, dass dann Tel Amo gesagt hat, komm, wir finden, du würdest super zur Schlager passen. Und habe ich geweint, Verträge unterschrieben. Und jetzt, sieben, acht Jahre später bin ich noch hier. Sehr gut, Glückwunsch dafür. Also, wie gesagt, es gibt jetzt aktuell hier diese CD. Dann haben wir es hier hinten stehen. Eine tolle Box. Erzähl mal kurz was drin. Also, es gibt alles Mögliche. Wir haben an der Seite, wie man sieht, wir haben ein Memo-Spiel, was das Kind früher gespielt hat. Memory. Memory, ne. Und dann haben wir einen Aufkleber, wir haben eine Parkscheibe, wir haben eine ganz tolle leuchtende, wechselnde leuchtende Schlüsselanhänger mit einem schönes Gesicht von mir drin. Und die CD natürlich, ein DVD mit über ein zweistündiges Interview über mich, mein Leben, mein Zuhause, wie ich wohne. Und sehr interessant. Und gibt es natürlich ein Riesen-Post-it dazu. Also, alles, was jetzt hier bei uns nicht reinpasst ins Interview, kann man auf der DVD dann sehen. Es kann nur die Sachen dann in den Boxset bekommen. Sehr gut. Einzel verkaufen. Ja, also, wir wollen dich jetzt gar nicht lang aufhalten, denn du bist schon wieder auf dem Sprung. Wir wissen jetzt nach Ulm. Denn, genau, ich wollte gerade sagen, die Arbeit ist heute noch nicht getan. Nein, überhaupt nicht. Und ich freue mich immer. Wir haben immer zwei Autogrammstunden am Tag. Und es kommt auch natürlich die Florian Silbereisen-Sachen dazu, worüber ich mich freue. Also, am Wochenende, dann bin ich bei Alle singt Kaiser. Okay, da bist du auch dabei. Überraschten Roland, oder? Ob ich ihn überraschen werde, weiß ich noch nicht. Aber wir verstehen uns gut. Und es ist schon angekündigt, dass ich dabei bin. So ist das nicht schlimm. Also gut, alle am Samstag einschalten. Florian Silbereisen. Das ist echt sehr schön. Wird schon. Ich habe wirklich einen ganz, ganz tollen Song, den ich singen darf. Alles klar, dann haben wir uns überraschen. Einschalten. Wir sind am Freitag schon. Roland ist stolz auf mich. Wir sind am Freitag mit der Sache schon auf Sendung. Wäre ich? Oh, toll. Hauen wir schon raus. Genau. Cool. Danke. Also, nächstes Mal wieder ausführlicher. Wir lassen dich jetzt nach Ulm reisen. Alles Liebe, alles Gute und viel Erfolg mit der CD. Da ist es wieder. Da ist es wieder.